hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute werde ich euch auf jeden fall sagen warum ich kurze zeit in aktiv oder wie sagt man so weg war und was demnächst auf jeden fall folgen wird deswegen leute bleibt dran und ja wir erstmal an warum ich so inaktiv war also leute ich habe mir einen neuen tisch und einen neuen stuhl gewünscht ich denke sogar dass es so eine art gaming stuhl ist und wegen halt ihr wisst schon wegen dieser krise deswegen corona haben die halt gesagt ja das könnte fünf wochen dauern und das problem war halt dass wir meinen alten tisch schon sagen so verkauft haben wir haben es nicht verkauft wir haben schon so abgebaut und so haben wir haben ja nicht danach gemacht aber und auch mein stuhl halt auch und solange musste ich halt einen tisch nehmen wo der schon weiß nicht wie alt ist er hat keine ahnung vielleicht zu zehn jahre ist und halt auch so einen stuhl was ich so ein tisch der halt auch nicht nur der neueste war und deswegen was auch mega ungemütlich tatsächlich in videos und streams zu machen und ich konnte halt nicht woanders aufnehmen als hier in meinem zimmer deswegen was auch kompliziert ich habe ein paar mal gestreamt aber das war nicht so schön hier und ja deswegen war ich auf jeden fall ein bisschen inaktiv außerdem bin ich letzte zeit auch ein bisschen krank ja aber ich hoffe das wird wieder nehmen auch jeden tag eigentlich hier tabletten und trinkt tee und so ja ich hoffe das wird auf jeden fall wieder und was in nächster zeit folgen wird auf jeden fall wie gesagt mehr videos ich werde mehr so videos gehen so zum beispiel als nächstes folge das fragen und beantworten video das q&a ich hoffe das wird gut ankommen und ja mal gucken was noch in der zukunft kommen wird ich würde mich natürlich freuen leute wenn ihr die glocke aktiv habt nur noch mal dieses video war halt noch mal zur info im stream werden auch kommen ich versuche zu streamen leute ich versuche zu streamen auf jeden fall aber halt ich muss mich mehr so auf auch auf fußball und so konzentrieren so ja und bald sind halt ferien ich weiß bei mir sind in vier tagen wenn ich das video aufnehmen ja in vier tagen sind dann schon ferien und ich weiß nicht ich habe ja auch bald geburtstag und ja ich werde mal gucken wie es so sein wird ich hoffe es wird nice und ja dieses video war halt noch mal dazu da für die leute weil es ist halt nicht so man denkt halt man denkt halt direkt ich hätte irgendwie abos gekauft und klammern gekauft oder irgendwie gebottet weil 5000 diese zahl sieht sehr schön aus aber dann darunter irgendwie nur so 100 aufrufe zu sehen ich weiß es geht nicht um aufrufe und so aber trotzdem nach irgendeiner zeit ist halt dann immer ein problem aufzuhören aber ich höre nicht auf deswegen leute dieses video war noch mal für die leute noch mal für euch ich bin wieder da also es wird ich werde versuchen aktiv zu sein trotz schulstress ebenfalls wir haben auch schon weiß ich nicht wir haben schon diese sechs tests oder fünf tests waren das und drei aber schon geschrieben ja es fehlt noch ein test ja und leute ich hoffe ich hoffe trotzdem euch hat dieses video gefallen kommentiert jetzt gerne mal was ihr dazu sagt so lasst auf jeden fall ein däumchen nach oben damit damit ich weiß wie viele noch am start sind oder ihr könnt auch gerne schreiben in die freuen wenn wenn versuchen wenn viele versuchen halt immer am start zu sein die haben noch mal für also das video ist für die die ist man nicht wissen oder bei denen halt die glocke aus nicht rauskommt also leute ich hoffe euch hat dieses kleine info dieses kleine info video gefallen und ja haut rein und ja ich liebe gaming und nehm man sagt chukkakau und ja ich liebe gaming lute